Wir gehen um das Turnier da hoch in die höchsten Berge. Wir wollen es sehen, wir wollen es begleiten. Und das zieht da uns solche Kreise da unten. Es heißt bis zur royalen Familie vorgedrungen, dass da jemand was in ihrem Königreich sponsert. Und die Leute unten warten auch auf uns, weil sich noch nie jemand um sie Gedanken gemacht hat. Es hat nie jemand gesagt, setz dir noch mal einen Helm auf. Es hat jeder zugeschaut oder die Augen zugemacht, aber es hat keiner was gemacht. Was hätte man dagegen machen können? Ja, wahrscheinlich nichts auf die Distanz. Na doch, man kann was machen. Bisschen Geld runterschicken und machen. So einen Kontakt kann man auch nicht planen. Das hat sich auch wieder ganz spontan ergeben, eben über den Fotografen Jan Mellicher. Der macht eine Doku jetzt im Juni, Juli von Nordpakistan, weil sie das touristisch erschließen wollen. Da wird es Ausstellungen geben nächstes Jahr in den gesamten Botschaften in Europa. Und zufällig haben die ganzen Reiter unsere Klamotten an. Ein Schelm, der dabei Böses denkt. Nein, wir tun was Tolles und kriegen natürlich eine tolle Bandbreite dadurch. So läuft das. Ihr sollt ja wissen, wer das mal eingeführt hat. Herzlich willkommen zum Podcast Regeln der Kunst, in dem wir von außergewöhnlichen Menschen außergewöhnliche Expertise erklärt bekommen. Ich bin David von Darifino Studio. Einfach verständlich erklärt. Herzlich willkommen. Sehr, sehr geil. Im Podcast Regeln der Kunst. Wir sprechen heute über Polokunst. Über eine sehr, sehr geile Marke, die ihr einfach aus dem Boden, aus dem Nichts gestampft habt. Black Forest Polo oder BFP. Genau. Genau. Sehr krass. Wir wollen heute die Geschichte aufrollen. Noch mal so richtig von A bis Z hineingehen. Wie es dazu kam, wie so etwas einfach kommt. Wie kam es? Der Urknall. Genau. Quasi, da war es. Ich würde gerne mal am Schluss anfangen und dann direkt zum Start hüpfen, okay? Ja. Wir sitzen jetzt hier. Ihr habt sehr, sehr geile Produkte da stehen. Wir haben einen Crazy Polo-Helm. Ich war selbst nie beim Polo. Ich habe es nur in Filmen gesehen. Was bedeutet Polo für euch? Was macht das mit euch? Ja, Polo ist, das haben wir auf dem ersten Kontakt festgestellt für uns, Polo ist Spannung, Polo ist Freude, Polo ist Kameradschaft, Polo ist ein sehr exzessiver Sport. Leidenschaftlicher Sport. Du musst eins werden mit dem Pferd, du musst dich brutals konzentrieren. Es geht um Geschwindigkeit, es geht aber auch um Verletzungsrisiko natürlich, was man minimieren soll. Also Kamikaze braucht keiner beim Polo. Es gibt Regeln, dass man sich gegenseitig den Weg abschneidet. Aber am Schluss ist es natürlich ein Wettkampf, ein Spiel. Man will natürlich gewinnen. Man will den anderen auch zeigen, was man kann, selbstverständlich. Aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel und dann gehen die abends auch eine Party los. Ein tolles Asado, Musik, Genuss. Und dafür stehen wir mit unserer Brand. Also nicht nur Sport, sondern auch Lifestyle. Also sprich den ganzen Tag am Polofeld. Wir wollen alles begleiten von der Sportswear für den Mittag, für das Leidenhemd, für den Abend. Aber auch die Genusslinie von uns mit unseren Spirituosen, mit Gin, mit Rum und Whisky. Alles made in Black Forest. Sehr cool. Okay, jetzt nochmal kurz, dass ihr es versteht, mit wem ihr es zu tun habt. Hier sitzt Knut, ein absoluter Macher, der niemals innehält. Ein Wirbelwind vor dem Herrn. Er ist Handwerker, er macht Gebäudesanierungen. Genau, Innenausbau, Innenausbausanierungen. Alles, wofür man Kraft, Durchhaltevermögen, Präzision braucht. Ihr habt ein Gebäude, wo ihr viele Räume vermietet für alle möglichen Gewerbe. Das ist so ein Teil eures Businesses. Und dann haben wir hier Anna, die stabile Kraft im Hintergrund. Ihr habt auch Kinder miteinander. Genau, drei Jungs, ja. Eine wilde Familie. Genau, die wilde Familie. Und unseren kleinen Hund auch noch dazu, genau. Der kleine Bonito, ja. Bonito, ich habe fünf Männer daheim, ja. Okay, und diese ganze Magie passiert in ... Küsserberg, sind wir zu Hause? Küsserberg. Küsserberg Ortsteil Rheinheim, also direkt am Rhein, 300 Meter von der Schweizer Grenze, also direkt im Zentrum, wo alles läuft. Mittendrin statt nur dabei. Mega. So, und ihr liebt das Leben. Ihr fühlt euch angezogen von Lebendigkeit, von Netzwerkveranstaltungen. Ihr sucht den Puls der Zeit. Oder auch etablierten, starken Veranstaltungen. Und ich meine, wie kommt man denn auf Polo? Wie ich so schon sagte, ich habe keinen Berührungspunkt. Wie kommt man dazu? Wo gibt es das überhaupt? Wo kann ich Polo leben? In Deutschland sind es circa 70 Polo-Vereine. Also schon nicht an jedem Fleck. Das braucht natürlich auch eine Infrastruktur dazu. Also ein Polofeld ist groß. Vielfach ist größer als ein Fußballfeld. Es gibt auch kleinere Polofelder, aber die großen sind dann, die brauchen Platz. Also ein Pferd hat dann auch Schwung und das braucht dann Platz, dass man das auch ausreiten kann. In der Tat gibt es bei uns in Küsserberg, im beschaulichen Küsserberg, direkt an der Schweizer Grenze, einen Polohof. Genau. Ach krass. Das heißt, ihr sitzt an der Quelle. Ihr sitzt voll an der Quelle. Ihr sitzt voll an der Quelle. Fünf Kilometer von uns zu Hause ist ein Polohof in einem romantischen Knick vom Rhein mit Bäumen hinten dran. Und da hat uns unsere Unternehmerkollegin Claudia mal am Samstag eingeladen. Die war da selber ganz neu und hat gesagt, hey, kommt doch mit. Das ist doch mal cool. Das ist doch Business Networking. Kommt doch mit am Samstag. Und was Neues, ja. Sehr geil. Und damit wären wir jetzt am Start angelangt. Ja, da ist er. Da ist er. Hinterlistig auf den Start gepusht. Okay. Genau. Also ihr habt mir ja schon gesagt, Polo ist nicht nur dieser krasse Sport. Verletzungsgefahr, Geschwindigkeit, viel Schwung, braucht viel Platz. Ist schon was Besonderes, muss man sagen. Vor allem ist es ein Teamwork-Play. Teamwork ist da sehr gefragt. Also ich sitze auf dem Pferd, habe einen langen Stecken und dann... Den Mullet, genau. Erwin, kannst du den Stecken mal holen, dass wir das uns richtig plastisch vorstellen können? Der Ball liegt da auch mit dabei. Und der Ball, okay. Sehr geil. Nehmt ihn doch mal, genau. Der Ball ist in den Start. Klasse, also Bambus, schlank und stabil. Ja, und auch sehr, sehr, sehr flexibel. Also du hast da schon einen Schwung drauf. Du musst da ganz schön eine mitkriegen. Kommt das oft vor, dass die einfach daneben? Oder hast du ja schon eine Leistung, eine Treffleistung? Das ist ja das Besondere. Du musst das Pferd reiten, steuern. Du musst deine Gegenspieler und auch Mitspieler... Nicht das ein Auge, nicht verlieren. Genau, immer im Fokus haben. Und dann musst du dieses Mürmelchen... Das ist ja kein Fußball oder... Treffen. So, und dann gibt es ja noch geilere Leute. Ja. Dann gibt es einen wie unseren Henry. Ja. Der Henry, halb Argentinier, in Deutschland aufgewachsen, war auch in derselben Schule wie ich in St. Blasien, am Kolleg. Der nimmt dann im vollen Galopp den Ball hoch und macht weiter und weiter. Während er reitet, 20 Mal, dann steht er vorm Tor, weil er der Erste ist, spielt weiter, wartet, bis die anderen kommen, macht rein das Ding. So nach dem Motto, schön, dass ihr es probiert habt. Er ist drin. Der balanciert es da drauf. Wirklich, aber in der Geschwindigkeit, wie er reitet, auf dem Pferd voll hoch und wieder auffangen und ohne stoppen. Einfach cool. Die jonglieren mit diesem Ball in der Gegend, mit dieser kleinen Murmel. Krass. Und wenn du da drauf bängelst, es gibt bis zu 130 kmh, das Ding fetzt richtig durch die Luft. Deshalb auch die Schutzmaßnahmen, die Ellenbogenschutz, der Helm mit, wir haben jetzt die Helme ohne Visier, aber im Spiel hat man die dann mit Visier vorn dran, mit einem Gitterkorb, weil den Ball will keiner im Gesicht haben. Okay. Wow. Der ist richtig hart, ne? Das ist kein Knautsch, nix. Okay. Wow. Der Spieler ist nur so gut wie sein Pferd. Also das ist schon eine Meisterleistung, ja. Es muss eine Einheit geben. Du musst mit diesem Pferd verschmelzen. Du sitzt da drauf. Du musst das Pferd reiten. Du darfst das Pferd nicht damit treffen. Also die Pferde haben als Schutz noch vielleicht noch ein kleines Visier über dem Gesicht oder über dem Kopf und vorne ein Schutz am Schienbein, ein Beinschutz. Das war's. Du darfst die Pferde nicht verletzen. Will man natürlich auch nicht. Das Pferd ist der Partner. Das Pferd ist ein Freund. Das Pferd hat auch einen Wert. Das hat auch richtig Geld gekostet. Das macht man nicht einfach kaputt. Und das alles zusammen mit drehen, das ist eine Höchstleistung. Das ist eine sportliche, geistige Höchstleistung, die du verbringen musst. Und das hat uns fasziniert. Ich hatte ja keine Ahnung. Von der ersten Sekunde an. Also wirklich wow. Das war auch unser erstes Mal natürlich bei einem Polospiel. Aber ihr habt lange dort gelebt und der Hof war ja auch schon lange. Ja, der war lang da. Ihr habt jahrelang koexistiert, ohne was von dem, das mitzukriegen. Ganz genau. Seit wann? Wann war denn jetzt der erste Berührungspunkt? Das war im Frühling? Im Frühling letzten Jahr? Also vor einem Jahr. Früher, also nicht mal ganz ein Jahr. Also wir haben wirklich hier null auf hundert. Also es scheint doch aber ein Geheimtipps zu sein. Etwas, was man entdecken muss. Ist jetzt nicht so, dass das überall in der großen Glocke hängt? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Was für Leute gehen da hin? Sportinteressierte. Du musst natürlich schon ein bisschen pferdeaffin sein. Das muss dich schon interessieren und packen. Ja, Tierliebhaber sollte man sein, ja. Genau. Und es ist wirklich, die Leute scheren sich um ihre Pferde. Das, was in der Öffentlichkeit heißt, die Pferde werden da nicht gut behandelt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Pferde werden verhätschelt. Die kosten Geld. Das sind die Partner. Die haben Trailer, wo die fahren. Das hat mancher an seinem Auto nicht den Komfort. Aber da wird ganz vorsichtig in die Kurve gefahren. Das ist wie rohe Eier transportiert. Die werden wirklich, die Pferde gehören zum Leben. Das ist ein Partner und den hat man 20, 25 Jahre. Klar, natürlich richtige Turnierpferde, die werden anders herangenommen und gehen dann relativ früh in Rente. Aber die Leute hier mit ihren Pferden, das ist der Begleiter fürs Leben. Das ist nicht wie ein Hund mit 10, 12, 15 Jahren. Das können 20, 25 Jahre und mehr werden, wo man das Pferd dann wirklich betreut. Und irgendwann da wird es dann nicht mehr so hart geritten. Und irgendwann wird es dann wirklich, geht in Rente, in eine Pension. Das ist wirklich so ein Rentendasein. Das Pferd gehört zum Leben. Das ist der Freund. Abgefahren. Pferdepension. Ja. Da wird richtig, richtig Geld in die Hand genommen. Irgendwo anders auf der Welt ist es teilweise anders. Da ist das Pferd dann gebraucht. Und wie ein Gebrauchtwagen, irgendwann ist er halt fertig. Aber hier, also hier in Deutschland und in Europa, werden die Pferden in sehr hohen Stellenwert. Also ich kenne in Basel eine Pferdemitzgerei. Genau. Ich habe schon mal sehr leckere Pferdesalami gegessen. Also vielleicht ist das auch der Grund. Es ist kein Tier vor mir fast in Sicherheit, dass ich es essen will. Ich bin sehr, sehr gerne Fleischliebhaber. Pferd nicht. Pferd gar nicht. Kommt gar nicht in die Pfanne. Warum? Nee, schmeckt mir nicht. Schmeckt mir nicht. Schmeckt mir nicht. Ist so süßlich, blutig, schwer, ist gar nicht meins. Von dem her, die Pferde nicht sind Freunde. Freunde fürs Leben. Hund und Pferd geht. Best Friends. Okay, 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 okay. Na gut. Okay, dann gehen wir mal gedanklich rein in diesen Moment. Ihr seid dann da hin und dann plötzlich hat es euch gepackt. So, dieser eine Tag im Frühling vor etwa einem Jahr, wo ihr zum ersten Mal eure Liebe für Polosport entdeckt habt. Beschreib mal, was hat das mit dir gemacht? Was ist passiert? Es hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. So, oh, wann findet das nächste Polo-Spiel statt? Auf jeden Fall. Wirklich so, wow. Was war denn das gerade eben? Wie lange geht es in der Veranstaltung? Also die Spiele, es gibt vier Chakas, die gehen so sechs bis sieben Minuten, aber das danach geht auch viel länger. Das ist jetzt nämlich auch das eigentliche Thema, das Drumherum, das ist ein Lifestyle. Also es findet auf jeden Fall immer so eine lockere Atmosphäre statt, also im Grünen auf jeden Fall. Und das ist halt toll. Man ist so verbunden mit der Natur auch, ja? Tier und Mensch, neben dir, du feierst da ein paar Meter nebendran sind die ganzen Pferde. Wow. Ich finde das cool, also auf der einen Seite ist es super aggressiv und fokussiert und dann eine große Entspannung. Also ein wunderbares Bouquet an... Ja, du hast gerade auf den Punkt gebracht, genau so ist es auch, ja. Dann habt ihr beschrieben, es gibt da so das sogenannte Asado und das scheint so ein wichtiger Aspekt zu sein, einer After-Party, einer After-Polo-Party. Ja, das darf in Argentinien nicht fehlen und gehört auch zu einem Polo-Spiel, also danach dazu, ja. Kannst du mal den Link zu Argentinien herstellen? Gibt es in Argentinien auch eine große Polo-Szene oder wie ist das? Ja, da kommt eigentlich der Polo-Sport in unserer heutigen Zeit her, ja. Ich dachte, man verbindet es mit Argentinien. Ich dachte, ich dachte, in England, aber das ist gar nicht. Na gut, also wenn wir schon Geschichte spielen, dann spielen wir es richtig. Okay. Polo kommt aus Persien. Ah. Da hat es seinen Ursprung. Da schau ich nach. Genau, ist ein bisschen blutrünstig, aber das macht es schon wieder spannend. Die haben früher Polo gespielt mit den Köpfen ihrer Gegner nach einer Schlacht. Genau. Das war Polo. Also deshalb auch muss der Ball nicht ganz rund sein. Der ist auch ein bisschen zu klein. Aber hart. Ja, genau. Die haben nicht so viel trainiert, aber es war so ein Ritual. Der abgeschlagene Kopf des Gegners war der Spielball. Und von Persien fiel das dann um die Welt. Also genauer gesagt mit den Engländern, wo die Engländer ihre Kolonien hatten, respektive das ganze Commonwealth. Das ist Polo. Polo ist England, aber Polo ist auch Pakistan. Polo ist Indien. Der ganze Nahe Osten ist Polo. Und dadurch aber auch übergeschwappt, dass er erst seit, ich sage es, 100, 150 Jahren Richtung Südamerika, Argentinien. Südamerika, ja, und ganz im Speziellen Argentinien. In Argentinien die weiten Flächen, perfekt für Rinderzucht und natürlich aber auch für Pferdezucht. Dann noch ein Klima natürlich, wenn hier Winter ist, ist da unten Sommer. Das heißt, der Turn in Europa findet statt zwischen Mai, beginnen die meisten Turniere bis September, Oktober teilweise gerade noch so. Aber dann ist es vorbei. Und dann zieht aber dieser ganze Tross auch in Argentinien, auch an Reitern, zieht wieder Richtung Argentinien. Also das sind die meisten von Argentinien, die wir kennen, die haben Pferde in Deutschland und in Argentinien. Die Pferde werden nicht jedes Mal verschippert und gemacht und getan. Also Ende die Saison hier in Europa, in Deutschland, gehen sie über die Wintermonate nach Argentinien. Aber nur die Reiter, die Pferde nicht? Nein, die Reiter, ja. Die haben dann da auch Pferde, die sich dann, ah, hallo, mein Herrchen ist wieder da, sehr cool. Genau. Genau. Okay. Ja, weil während wir Sommer haben, ist da unten Winter, ist kalt, ist nass, ist matschig, da spielst du kein Polo. Da stehen die im Stall und auf ihren Koppeln und erholen sich für die nächste Saison. Und dort ist Polo so beliebt wie Fußball. Okay, wow. Also so einen Stellenwert hat Polo. Das scheint an, ey. So, und dann gibt es jetzt da diese Partys. Beschreib doch mal, was gehört alles zu so einer guten Polo-Party? Polo-Party. Gutes Essen vor allem. Okay. Der Genuss darf nicht fehlen, ja. Jemandes Detail, was ist das für Essen? Also hauptsächlich beim Asado das Schwein oder das Lamm. Asado ist mir bis jetzt ein Fremd gewesen. Beschreib mal, was ist ein Asado? Da kommt wieder der Fleischspezialist. Also Asado ist alles, was mit Grillen zu tun hat in Argentinien. Sie sagen zu allem Asado, auch zu einzelnen Fleischstücken. Aber das Grund Asado ist ein ganzes Tier. Ein ganzes Stück, also ein ganzes Lamm, sehr viel. Aber auch mal ein Schwein. Und das wird vor dem offenen Feuer zelebriert und zubereitet. Das geht dann schon mal vier, fünf, sechs, sechseinhalb Stunden. Es ist fertig, wenn es fertig ist. Also das Spiel findet nebendran statt. Ach so, das wird schon im Hintergrund schon… Eben nicht gedreht. Es ist an einem Kreuz aufgespannt. Genau. Und dieses Kreuz kann man wahlweise die Vorderseite oder auch die Rückseite grillen. Man muss es immer im Auge behalten. Man muss es immer testen. Was ist das für ein Heizelement? Das ist ein offenes Feuer. Offenes Feuer. Offenes Feuer. Ein offenes Feuer, was strahlt. Das heißt, du musst den Wind ein bisschen im Auge behalten. Wenn der Wind von hinten kommt und das Feuer wegbläst, dann wird es kalt. Wenn du es auf die falsche Seite stellst und die Flamme genau ans Fleisch geht, verbrennt es. Das heißt, du musst immer mit dabei sein. Genau, du hast ein rundes Feuer oder eine Feuerschale. Asado liegt dann drauf? Nein, das steht nebendran. Das steht nebendran mit einem Winkel von 8 oder 10 Grad. Genau, ganz genau. Und dann muss man es aber drehen. Und dann muss man es drehen und auch immer die Hand dran halten. Also das ist ein Fulltime-Job. Also nicht mal weggehen, eine halbe Stunde im Bier trinken, wiederkommen, dann ist es vorbei. Das kann tödlich sein, ja. Tödlich? Ja, tödlich fürs Fleisch. Tödlich fürs Fleisch, ja. Für den Genuss. Für den Genuss. Nicht für den Grillmeister. Tödlich für den Genuss. Vielleicht schon, wenn er es vergeigt hat, dann… Gibt es da so Sturys? Nein, leider noch nicht. Kriegen wir vielleicht auch hin. Nein, aber du musst es immer im Auge behalten. Kein schnell, schnell, ja. Die Temperatur sind vier Sekunden. Vier Sekunden kommt das Fleisch also in die Richtung, wo du mit der Hand gerade so vier Sekunden aushältst. Wenn du noch fünf Sekunden aushältst, dann ist es zu kalt, dann wird das nichts. Und wenn du nach drei Sekunden wegziehen musst, dann ist es zu heiß, dann verbrennt es. Also du musst wirklich mit dem Feuer machen. Das ist eigentlich wie beim Polo-Spielen, dass du verschiedene Komponenten beachten musst. Musst du auch beim Asado genauso gucken, dass du es nicht zu nah am Feuer ist, dass es nicht zu weit weg ist. Das Feuer nimmt ja wieder ab und dann musst du bei Zeiten nachlegen. Also es ist ein Fulltime-Job. Und es ist fertig, wenn es fertig ist. Es ist nicht wie in Deutschland grillen. Um zwölf Uhr sind alle eingeladen. Und um fünf nach zwölf plündern sie das Salatbuffet und tunken das Brot in die Soße, weil das Fleisch nicht fertig ist. In Argentinien kommen die Leute um zwölf Uhr zum Grillen. Ja. Vom Frühstück gesättigt. Und dann wird den ganzen Mittag gesprochen und gelacht und getrunken und gefeiert. Und immer wieder schon geguckt, wie weit ist das Fleisch. Also wirklich das Fleisch auch zelebriert und gewürdigt auch. Genau, das ist ein Test, ein Fest für den ganzen Tag. Das ist spannend. Und das ist fertig, wenn es fertig ist. Und wenn es sieben Uhr am Abend ist, ist es sieben Uhr. Und wenn es acht Uhr ist, ist es acht Uhr. Und wo weiß man, dass es fertig ist? Testen. Testen. Anfassen. Nicht ein Stückchen rausnehmen. Anfassen. Natürlich kann man Thermometer dazunehmen, aber du merkst es an der Konsistenz vom Fleisch, wenn es ganz fertig ist. Es gibt dieses Weiche. Wenn frisches Fleisch ist und wenn es dann aber hart ist, dann ist es vorbei. Das ist ja wie beim Steak, dass du mal hier an deinem eigenen Daumen testen kannst. Diese Konsistenz sollte ein Steak haben. Und je nachdem, welchen Finger du nimmst, wird es härter. Mit dem Zeigefinger ist es weich, mit dem Mittelfinger wird es härter und mit dem Ringfinger ist es hart. Crazy. So, und so hast du das. Das ist Rare. Das ist Medium. Und das ist, ach krass. Zu spät. Zu spät. Das ist durch. Man sollte schon ein kleiner Grillmeister sein, um auch ein gutes Asado zu machen. Ich muss gerade auch denken, ihr kennt diesen völlig dummen Film Once Upon a Time in Mexico? Nee. Nein. Da sitzt so ein Typ, so ein Killer am Essen und sagt, ich esse hier Puerco Pipil. Das ist so fein, dieses Schweinefleisch, geschmortes Schweinefleisch, so fein, dass ich jetzt gleich in die Küche gehen werde und den Koch töten werde. Dann macht er das auch. Keiner weiß warum. Aha. Dass der Koch das für den Nächsten nie wieder kochen kann. Das ist doch auch eine Art von Selbstdarstellung. Das ist so dumm. Ein USP. Ja, einmalig. Ich möchte jetzt gerne diesen einen Tag, diesen besonderen Tag nochmal in den Fokus rücken, an dem ihr in den Fokus gerückt wurde, dieser ganzen Thematik. Wo etwas passiert ist, wo sich die Story aufgebaut hat. War das schon bei diesem ersten Treffen oder bei einem zweiten, dritten? Ja gut, wir hatten drei Treffen in Etikon bei uns auf dem Hof, das erste, das uns gefesselt hat, weiter mitzumachen. Danach folgten. Danach folgten noch zwei weitere Turniere und eben bei dem dritten Turnier hat unser Freund Martin beschlossen, dass er fünf Wochen später ein großes Turnier bei sich in Pfullendorf aufziehen will. Und das hat jeder für unmöglich gehalten. In fünf Wochen ein komplettes Turnier mit Zelten, mit VIP, mit Pflanzen, mit dem Feld abstecken, mit Gästen einladen, mit Reitern einladen. Die müssen ja auch Zeit haben. In fünf Wochen eigentlich unmöglich. Und wir waren an dem Wochenende während wir im Tessin gewesen, im Urlaub und haben gesagt, Martin, wenn du das wirklich schaffst, dann kommen wir und dann helfen wir. Ah, okay, weil ihr das so cool fandet, so mutig. So cool, so dabei, so einfach wollen wir unterstützen, weil der Martin ein super Typ ist, den haben wir bei jedem Turnier auch dabei gehabt, der ist regelmäßig dabei. Der war aber auch in unserer Siegermannschaft dabei. Genau. Okay, Siegermannschaft. Ihr habt dann gesponsert. Genau, zwei Mannschaften. Eine Mannschaft hieß auch richtig, die Knut-Hammelmann-Holz-Montage-Mannschaft. Genau, also eine meiner deutschen Firma, der Hammelmann-Holz-Montage und eine meiner Schweizer Firma, der Haro-Innen-Ausbau. Genau, ich habe das ein bisschen geplant. Wenn vier Mannschaften da sind und es gibt nur drei Podiumsplätze, musst du mindestens zwei Mannschaften sponsern, dass du garantiert auf dem Podium bist. Ah, smart. Smart, ne? Was kostet sowas? Was muss man investieren, um so eine Mannschaft zu kriegen? Fängt klein an. Fängt klein an. Das heißt, das ist klein. Das ist eine Hülse. Das ist ein kleines Hülse. Also dort waren es 300 Euro pro Mannschaft. Okay. Das war also nur, nur weil es ja wirklich Provinz ist, klein, familiär. Das sind die Trikots, dass die bezahlt sind, dass ein paar Preissachen bezahlt sind, ein paar Gürtel, eine Reitpeitsche, ein Sack Futter oder sowas da. Da muss man auch dazu sagen, es gibt keine Preisgelder beim Polo. Also man bekommt richtige Preise. Was ist denn so ein Preis? Tata spielt da nicht so eine wichtige Rolle. Sondern? Was ist so ein richtiger Preis? Ja, was du verwerten kannst. Ja. Was du brauchen kannst. Genau. Es kann auch bis zu einer schicken... Reitgärte? Ja, eine Uhr, wollte ich gerade sagen, ja. Achso. Das sind so Sachen, das sind Preise. Preise. Preisgelder, das sind Preise. Preise, richtige Preise, ja. Okay, okay, okay. So, dann fand dieses 22 Wochenende statt. Keiner hat es für möglich gehalten, aber es hat funktioniert. Plötzlich nach fünf Wochen waren alle dort. Reiter, Teams, Hammelmanns, alle am Start. Wie war das? Ich habe dem Martin angeboten gehabt, dass ich ihm das ganze Wochenende Asado mache. Und dann hat der Martin gesagt, nee, also irgendwo bist du auch zum Genießen da, du hättest eigentlich Urlaub. Und wir haben auch schon Asadores, so heißen die Grillmeister aus Argentinien, aus der Schweiz, eingeladen, die für uns das öfter machen. Und ich habe eine Idee, mach du das VIP-Grillen am Freitag für die geladenen Gäste, für die Reiter, für die Pferdezüchter, für meine Freunde aus Politik und Fernsehen und was weiß ich, wo sie alle herkamen. Mach doch das, das ist doch eine richtig geile Bühne für dich. Mach das doch. Und dann habe ich gesagt, wow, klasse, das mache ich doch. Ehrlicherweise zugegeben, also ich grille gerne. Ich habe auch schon ganze Spanferkel auf dem Drehspieß gemacht. An dem Kreuz. Noch nie. Also die Latte lag hier. Also du bist da einfach kalt reingegangen. Eiskalt reingegangen. Ich habe das natürlich die Wochen vorher dann studiert, nachdem es klar war. Also dieser Handtrick zum Beispiel. Genau, also ich habe mich damit befasst. Ganz genau. Wie kriege ich das ganz schlau hin? Und habe dann ein Spiel gespielt. Gehe aufs Ganze. Der Argentinier würzt sein Fleisch nämlich nur mit Salz. Und ich würze meine Spanferkel immer nach einem kubanischen Rezept. Das wird hier nicht verraten. Das ist natürlich nicht verraten. Nein. Geheim ist geheim. Knutsgeheimrezept. Und das wird ins Fleisch mit einer Spritze injiziert. Genau, Knutsgeheimmarinade. Mit einer Spritze ins Fleisch hinein injiziert. Genau, damit es nicht von außen anbrennen kann, wenn man es von außen anbringt. Schon raffiniert. Gewürze würden ja verbrennen bei sechs, sieben Stunden vor dem Feuer und bitter werden. Ja, ja, ja. Und schwarz. Wow, okay. Du hast doch mir gesagt, dass ihr es kalt eingelegt habt. Hat das auch einen Effekt? Wir haben es von den Transporten. Natürlich, das Lamm ist nicht so empfindlich. Ein Schwein ist natürlich sehr empfindlich. Wie groß ist das Schwein? Wie muss ich mir das vorstellen? Das sind so 22, 25 Kilo. Ja, sagt mir jetzt so nichts. Das ist schon ein richtiger Brocken. Ein richtiger Brocken. Okay, wow. Und den haben wir dann kalt eingelegt über Nacht mit der Marinade. Ganz kurz, wie viel Marinade ist das? Ist das ein Liter? Ist das ein kleines Fläschchen? Nee, das ist schon anständig. Das ist also ins Fleisch selber. Drei Viertel Liter geht da schon rein. Drei Viertel Liter. Ein Teil läuft natürlich durch die Öffnung ein bisschen wieder raus. Und ist das dann richtig so an verschiedenen Stellen? Genau. Richtig schön rein impfen. Also wie Botox. Botox. Botox ist Schwein. Das ist genau so. Ja, so kann man es vergleichen. Ein Marinaden-Botox. Genau. Dadurch bläht es natürlich auch ein bisschen auf. Ganz genau. Botox-Marinade. Genau. Also man verbindet sich schon sehr stark mit diesem, ich sage jetzt mal ganz provokant, mit diesem Kadaver, oder? Absolut, absolut. Also wenn man was Perfektes erreichen will, muss man es von Anfang an perfekt machen. Genau, dieses Wort Perfekt. Für mich ist Perfekt ein schwieriges Wort. Perfekt hat immer was mit Leblosigkeit zu tun, in meinen Augen. Aber ihr befreundet das oft. Warum? Das Streben nach Perfektion. Das habe ich aus dem Handwerk irgendwie schon mit drin, weil es gibt ganz klar, gefällt oder gefällt nicht. Und es gibt Normen, die eingehalten werden müssen. Auch gerade bei Bodenverlegung, beim Parkett, da dürfen keine Spalten dazwischen sein. Der darf nicht an Wänden anstehen. Das ist schon das Streben nach Perfektion. Perfektion. Und das übertrage ich natürlich irgendwo aufs Leben. Oder kann man vielleicht das Wort Formvollendung verwenden? Ja. Kann man natürlich auch mit reinverwenden. Weil ich finde gerade bei so was Grillenden, also bei der Grillierung, ist ja so, dass du kannst es ja nicht so, es gibt ja nicht mathematisch Perfektion, sondern es ist ja immer so eine, es ist ja ein Körper mit Seelen. Das ist ja alles unterschiedlich. Das ist ja eine lebendige Geschichte, oder? Ja, aber das ist ja gerade die Perfektion, die man hinkriegen will. Das Ergebnis ist klar, wie es aussehen muss. Es soll braun, knusprig sein, nicht schwarz, nicht labberig. Also das heißt, dieses Ergebnis ist klar so. Und dann haben wir eine Kerntemperatur, die es haben muss, die bei einem Rind um die 55, 58 Grad liegt. Beim Schwein dementsprechend natürlich höher. Das liegt um die 80 bis 85 Grad. Auch beim Lamm in die Richtung. Das ist auch wieder so eine mathematische Größe. Steck dir da einen Thermometer rein? Also du kannst einen Thermometer nehmen, aber du merkst es auch am Gefühl. Am Gefühl, genau. Weil diesen Grad an Eiweißgerinnung. Eiweißgerinnung? Ja, Fleisch ist Eiweiß. Das ist wie der menschliche Körper zum Beispiel, 43 Fieber erreicht, weil ab dann, ab 43 Grad gerinnt Eiweiß. Wow. Und dann ist es vorbei, bei 43 ist Schluss. Gestot. Gestot. Ja. 43 Fieber, tschüss. Und auch ein Ei, ein Ei fängt dann irgendwann an zu stocken. Und wir wissen ja selber, ein 5 Minuten Ei ist innen noch flüssig und wenn ich es dann noch länger, die Kerntemperatur macht, dann ist es fest. Also schon ein mathematischer Wert, wo ganz klar ist, wo die Chemie und die Physik uns vorschreiben, wann ein Garpunkt erreicht ist. Und das andere ist die Optik. Welcher Mensch ist so, wenn du jetzt so an diese Crowd denkst, welcher Mensch taucht sofort auf von deinem inneren Auge? Wer hat dich besonders beeindruckt? Also für mich Henry Quiroga. So ein junger, dynamischer Spieler. Wahnsinn. Also Talent. Wow. Und natürlich hat das in die Wiege gelegt bekommen. Von klein auf. Von seinem Papa, Narkor. Ah, der ist auch reingewachsen. Reingewachsen, genau. Narkor. Genau. Das klingt so argentinisch. Argentinisch, genau. Henry ist auch halb Argentinier. Okay. Ist denn die Mutter deutsch, oder? Ja. Ah ja, okay. Okay. Und seid ihr Kleines direkt als Baby auf den Sattel? Ganz genau. Wie so bei den meisten Argentiniern. Da kommt das Kind direkt auf den Sattel. Ja. Ah, natürlich. Und Narkor ist ja auch immer über die ganzen Sommermonate in Deutschland und über die Wintermonate in Argentinien. Ja. Also hey, ich würde sagen, lasst uns anstoßen auf eure coole Marke, auf Black Forest Polo. Salut. Ja, salut. Und du? Yum, 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 ganz genau. Sehr fein. So cool. Okay. Also, seid ihr also in dieser spannenden Crowd unterwegs? Habt das ganze Wochenende geholfen. Überall angepackt, wo es was zu tun gibt. Schön genetzwerkt noch nebenher. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Vernetzung, die Verbindung, die Gespräche, die Freundschaften, die sich entwickeln. Ja. Und Knut, du bist ein Wirbelwind, ein Feuerball, immer schön an der Front, die Rampensau. Aber, das hatten wir vorhin noch zwischendurch festgestellt, das geht nur, weil es im Hintergrund die Stabilität durch Annas Unterstützung gibt. Anna, du machst im Grunde alles noch drumherum so. Aber man sieht's halt nicht, ne? Man sieht's halt nicht. Ich bin eher so die, die im Hintergrund agiert. Ja, auch wie beim Asado, alles schön für den Knut, parat gemacht, vorbereitet. Ja. Aber wir ergänzen uns dadurch so. Perfekt. Deswegen funktionieren wir so auch mega gut als Team. Das sind wir, ja? Ja. Ohne Anna hätte das Asado in Vullendorf gar nicht stattgefunden, weil ich länger arbeiten musste. Ich hätte es nicht geschafft, das Lamm und das Schwein überhaupt abzuholen. Und da habe ich dann gesagt, Schatz, du musst irgendwie, die laden dir das schwere Zeug ein, aber du musst es echt losfahren. Und das hat sie dann auch selbstverständlich gemacht. Das meine ich, ich hätte es gar nicht geschafft. Das wäre voll ins Wasser geflogen, weil ich musste die Baustelle einen Tag fertig bekommen, weil wir die Woche drauf im Urlaub sind. Und da hätte ich gar keine Chance gehabt ohne sie. Und wie es so ist, als Selbstständiger, man arbeitet sehr viel. Genau, da gibt's keinen Feierabend um Punkt 17 Uhr. Aber das weiß ich dann auch schon immer mir. Ich hab's gewusst, auch an dem Tag. Ich muss bestimmt das Schwein und das Lamm abholen. Sie saß schon im Auto. Ich saß schon im Auto quasi, ja. Hinter jedem starke Mann steht eine starke Frau. Absolut. Was haben eure Kinder eigentlich in der Zeit gemacht? Sind die schon groß und weg, oder? Nein, der Große, der ist 16, 13 und der Jüngste ist 9. Und der Große war bei mir auf der Baustelle und hat geholfen. Selbstverständlich. Ja, okay. In den Ferien. Was sollen wir sonst machen? Genau. Nein, also wir binden auch unsere Kinder sehr stark in unser Leben, auch in unser berufliches Leben mit ein. Also da müssen alle mit anpacken. Okay, das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Eben auch das Schwein einlegen hat mir ja Niklas geholfen, unser Großer. In Pohlendorf beim Turnier war der Mittlere dabei, der Temarian, und hat auch immer, wenn es was gab, die Anzeigentafel war umgesetzt. Schwupp, ist immer aufs Feld gerannt, hat die Anzeigentafel gemacht. Ich glaube, der hat sogar auch den Rasen gemäht. Ja, den Rasen am Tag vorgemäht. Genau, wir kamen an, ich habe Schwein aufgebaut. Ja, das Feld, das muss ja wirklich sehr akkurat sein. Und dann hat der wirklich ganz stundenlang mit diesem Rasenmähertraktor das Feld gemäht. Total klasse. Okay. Na gut, so, dann habt ihr jetzt also dort geholfen, du hast das Assade gemacht. Was hast du gemacht in der Zeit? Man muss dazu sagen, Knut ist ja allein erstmal morgen hingefahren. Ich habe ja alles gemanagt mit den anderen Kindern und für den Urlaub vorbereitet. Ja. Ja, ich musste packen. Ah, okay. Ich musste ja packen. Stimmt. Also ich bin nachgekommen am Freitag nach Pohlendorf. Sie hatten sich ja die Mega-Belastung gehabt, sie mussten Kinder in die Schule, Kinder aus der Schule wieder nach Hause packen fürs Wochenende Assade und packen gleichzeitig für die nächste Woche im Tessin. Ich hatte auch ein halbes Jahr davor einen Bandscheibenvorfall und war noch nicht so 100 Prozent, so 100 Prozent, wie ich mich auch kenne und so fit. Also ja, Vollgas trotzdem. Ja, also konntest du die Party dann genießen. Ja. Okay, sehr gut. Aber besonders war ja, dass ihr hinterher auf eine besondere Weise hervorgehoben wurdet. Also eure Tätigkeit, euer Einsatz wurde gesehen und honoriert. Das hatte ja einen bestimmten Effekt. Im Grunde ist das ja wie das Tor gewesen, um noch tiefer in diese Szene einzutauchen und auch zu erkennen, hey, hier können wir was sehr Besonderes platzieren, oder? Aber das ist ja jetzt der Schlüssel. Darüber müssen wir jetzt sprechen. Wie kommt es, dass dort ein leckerer Rum und ein Helm und die ganzen Klamotten, sogar eine Tasche, wie kommt das, dass das jetzt hier alles steht und so reif, so proper, so cool aussieht? Also wir haben uns an dem Wochenende um alles gekümmert, wo wir helfen konnten. Wir konnten nicht still sitzen. Da hinten, die Pflanzen brauchen Wasser, ich bin gerannt. Hier war was. Anna hat geholfen, die Tischdeko, die Pflanzen am Wasser gebraucht, neue Tischdecken drauf. Super. Einfach, wir haben einfach alles gemacht, dass wir uns wohl gefühlt haben. Und den Martin Reuter, der es veranstaltet hat, natürlich auch bestmöglich zu entlassen, damit er auch genießen kann, dass es sein Fest wird, was er für so viel Geld, für so viel Arbeit, für so viel unermüdliche Stunden geplant und durchgesetzt hatte. Und das Tolle war, es gab eine Reise zu gewinnen, die wurde übers Wochenende verlost und dann war am Sonntag die Siegerehrung, die Teams waren vorbei und die Siegerehrung hat stattgefunden und dann ging es um diese Reise und es wurden Lose verkauft übers Wochenende und dann haben sie die erste Nummer gezogen und dieses Los war nicht verkauft. Und dann haben sie die zweite Nummer gezogen und auch dieses Los war nicht verkauft. Und dann hat der Moderator, The Voice of Polo, der Jan-Erik, wir haben Leute kennengelernt aus Südamerika, wir haben den Bernd Hotz, den meistfotografierten Polospieler Europas als Freund, wir haben den Martin Reuter, eine Rampensau, ein Unternehmer, ein Multi-Unternehmer, super Typ. Marco Zubrot, der pfeift die ganzen großen Turniere hier, im Winter lebt er in der Domrep, hat er sein Domizil und im Sommer pfeift er die ganzen großen Polo-Turniere, Sylt, Rügen, Berlin, der ist da gefragt. Das sind auf einem Fleckchen bei uns haben wir so tolle, interessante und uns weiterbringende Leute kennengelernt. Das hat sich so spontan ergeben, also sowas kann man auch nicht planen. Okay, mega geil. Also da seid ihr mitten rein in die Szene rein und bemerkt, ihr macht da einen Unterschied. Also Knut macht da im Vordergrund sein Asado und währenddessen hast du im Hintergrund genau gespäht und geschaut, oh, da gibt es Potenzial, Potenzial für Mode. Ganz genau. Ich bin eine, ich beobachte sehr gerne, trinke mein Gläschen und schaue, ah, das hat die an, derjenige hat das an, oh, das gefällt mir, oh, das gefällt mir nicht so gut. Ja, und ich liebe Mode, definitiv. Aber Kleider machen Leute, ne? Kleider machen Leute, ja. Okay, cool. Und gerade zur Richtung für Polo auch, es kann schick sein, es kann sportlich sein. Mir gefällt auch so jetzt, die Tendenz liegt da, so ein bisschen sportlich, die sportlichere Mode zu kreieren, Casual-Style. Zeig doch mal das Logo auf deinem weißen Hoodie, ich finde das super, so sleek, das ist so, hier haben wir so, das wirkt ein bisschen, also es wirkt auch, es wirkt sehr stabil, aber wie ein Wappen halt, ein bisschen halt backen. Klassisch, genau. Klassisch, ja, klassisch. Klassisch, genau, wir haben beide, wir haben klassisch und sportlich. Und das ist hip, könnte man auch sagen. Genau, ja. Hey, wie gefällt dir der Talk bis jetzt? Würdest du sagen, das ist cool soweit oder gibt es Dinge, denen du widersprichst? Möchtest du etwas ergänzen? Schreib es in die Kommentare, beteilige dich gerne, wir freuen uns über jeden Kommentar. Und wenn du das Ganze unterstützen möchtest, gib uns ein Like und hinterlass ein Abo, wenn du nichts weiterhin verpassen möchtest. Weiter geht's. Dieses Logo ist ja schon was sehr Spezielles, ne? Also zum Beispiel, man sieht hier diesen Black Forest als Tanne, aber gleichzeitig ist da dieser Ball. Nennt man das Ball oder hat er eine besondere Bezeichnung? Ball. Okay, Ball. So, und natürlich das Wichtigste ist das Pferd. Genau. Aber ihr habt auch vorhin gemeint, jeder sieht so ein bisschen was anderes darin. Genau, also die Tanne könnte auch eine Mähne sein vom Pferd. Der Mullet, der Stick könnte auch von der Tanne. Der Stamm sein. Der Stamm sein, genau. Und das Ganze ergibt als Komplettkomposition die Schachfigur des Springers. Ganz genau. Das ist schon sehr, sehr geil. Auf wessen Mist ist dieses Logo gewachsen? Wie kam es dazu? Also das war schon von uns beiden so, wer sind wir? Wo wohnen wir? Und dann kam so eins zum anderen. Man unterhält sich natürlich bei einem Gin Tonic. Ja, tatsächlich entstehen bei uns die besten Gespräche nach Feierabend, auch bei einem guten Getränk. Und man unterhält sich auch, was ist so den ganzen Tag über gelaufen? Und da kam so eins zum anderen. Also wir haben nach tatsächlich einer langen, langen Beziehung von 18 Jahren, wir können zusammen arbeiten. Wir können nicht nur zusammen Händchen halten und zusammen essen und in Urlaub fahren und Kinder haben, sondern wir können verdammt nochmal zusammen arbeiten. Wir setzen uns abends hin und entwerfen Pläne, machen unser Mindset neu bei einem Gin Tonic, bei einem Glas Rotwein. sagen, wir können das. Wir mussten es auch lernen. Wir mussten es auch lernen. Also es ist nicht immer rosig. Ja, aber das musst du abführen. Manche Sachen will ich abends nicht mehr hören von der Arbeit, manche Sachen siegen, dann lass mich mal in der Arbeit in Ruhe. Aber jetzt wissen wir, wie wir uns anfassen müssen mit der Arbeit. Und das war ja das Projekt entwickelt, das war so spannend. Ja, was war so das Geilste an dem Projekt? Ja, also wirklich der Logo. Ja, das Logo. Das ist so, wow, das ist jetzt unseres. Das sind wir. Ja, und vor allem Anna hat es entworfen. Anna zusammen mit der Designagentur, ich war weg, ich war einen Monat auf dem Jagdschein. Ich war einfach weg. Einfach im Wald und hast das Schießen gelernt. Ich war einfach einen Monat weg, genau. Ich war in Norddeutschland, Männer, Waffen, Jagd, Wissen. Tiere ausnehmen. Also wirklich hier. Der ganze dreckige Stuff. Das Ganze gemacht und Anna war zu Hause und hat echt mit der Designagentur das komplette Logo entwickelt. Die Homepage gemacht. Voll cool. Das finde ich sehr interessant, weil das ist auch schon wieder so dein Typus des Beobachtens, des Analysierens, was ist cool, was ist nicht. Es braucht einfach mehrere Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Ausprägungen. Ganz genau, ja. Um so etwas einfach mal zu stemmen. Ich meine, ich weiß, ich bin ja Grafikdesigner. Ich finde Logo, Logodesign ist die Königsdisziplin. Und tatsächlich hat es auch nicht lange gedauert, bis das Logo auch fertig war. Also wir waren uns relativ schnell einig. Wir waren toll unterstützt. Und du warst toll unterstützt. Ich habe abends immer die Präsentation bekommen übers Handy. Was ist jetzt neu? Was würdest du von den Logos mitnehmen? Ich war mit dem Prozess, aber gemacht hat es Anna. Ich kam zurück nach vier Wochen. Die Termine mit der Stickerei standen. Die Termine mit weiteren Lieferanten standen. Das Logo war fertig. Die Homepage war kurz vor fertig. Also es lief alles so nahtlos ineinander über. Kaum war er da, standen schon die Termine. Ich war nutzlos. Ich hätte gehen können. Aber noch ganz kurz zurück zu diesem Tag. Ihr habt geholfen, ihr habt gemacht. Ihr habt dann diese Reise gewonnen. Genau, wir haben die Reise angewonnen. Da sind wir stehen geblieben. Der Martin, genau. Die Finals waren vorbei. Sie haben die erste Nummer gezogen und die zweite, die nicht gezogen oder vergeben war. Und dann hat der Jan-Erik gefragt, sollen wir nochmal ziehen? Und dann hat der Martin vor allen Leuten, das war echt cool, das waren um die 300 Zuschauer plus Reiter, das waren wirklich eine Masse an Leuten. Dann sagt er, nee, wir machen das anders. Dieses ganze Spektakel hat stattgefunden, weil viele, viele, viele Leute unermüdlich geholfen haben. Seine Freunde bauen seit Montag schon auf. Sein Mitarbeiter streicht die Bandenbretter seit letzter Woche, die hunderten Meter. Waren viele tolle Leute. Dann sagt er, aber einer hat besonders rausgestochen. Und dann habe ich gesagt, boah, das wird sein bester Freund sein, der ist die ganze Zeit am Aufbauern. Super Typ und habe schon zu ihm rüber geschaut. Und Klu-Klu hat doch zu mir gesagt, das ist bestimmt der und der. Und dann sagt er, er kommt aus Waldshut. Kriegt gerade wieder Gänsehaut. Der Kreis wird jetzt leider kleiner. Der Kreis wird kleiner, aber wir sind ja auch fünf Leute aus Waldshut. Wer denn? Knut, du. Oh, völlig, völlig perplex. Das ist ich. Wow. Und unter Applaus sind wir vor, haben diesen tollen, großen Gutschein. Kriegt in einem Wellnesshotel in Hirschenhorn am Bodensee. Wow, was war das denn? Wie geil. Entschuldigung. Wir waren nur, wie wir sind und es kam einfach an. Wir sind einfach Teil davon. So geil. Und man sieht auch wieder, man muss wirklich so sein, wie man ist und sich nicht verstellen. Dann brauchen wir auch nachher nichts gerade biegen. Weil man ist so, wie man ist und es passt oder nicht. Und so passen wir den Leuten scheinbar. Ich finde, das ist ein ganz, 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 ganz tolles Beispiel dafür, wie wichtig es ist, sich nicht zu schämen. So auch einfach dem nachzugehen, was man gerade, worauf man Bock hat, oder? Sehr oft kenne ich das, dass ich Dinge nicht mache, weil dann so der innere Kritiker in mir sagt, ah, hier, besser nicht, halt dich mal besser zurück, Bescheidenheit und so. Aber es ist einfach. Ja, da Knut schaut gerade. Bescheidenheit ist nicht so meint. Nein, aber es ist toll, aber das führt ja dazu, dass ihr Dinge tut. Ihr tut es einfach. Und am Ende des Tages ist das entscheidend, was du getan hast. Ja, tun. Tun. Erfolg mit drei Buchstaben, tun. Sehr, sehr cool. Okay, ihr habt also diesen Gutschein gewonnen, aber das Ding ist ja, ihr wart plötzlich sehr sichtbar. Ja. Ja. Voll geflasht. Voll im Fokus. Am Bierwagen gestanden, kommt ein Manneken hinter mir, tippt mir in die Schulter und sagt, du bist der Knut. Erzähl mir was Neues, weiß ich selber. Und du? Sagst du, ich bin der Matteo, ich bin der Präsident vom Polo-Club in Ascona. Da hat es bei mir schon Kopfkino los gesagt, wow, Ascona. Da denkt man, Lago Maggiore, See, oh, Urlaub. So geil. Und er hat gesagt, wir haben in drei Wochen unser Turnier, den Ascona Polo Cup. Das Beach-Polo ist Arena-Polo auf Sand, auch wieder sehr spannend. Und er sagt, es wäre mir echt eine Ehre, wenn ihr kommt. Darf ich euch einladen? Ich sage, wow, wie geil ist das? Wir haben zwar absolut keine Zeit, die müssen wir uns freischaufeln. Also wieder gucken, wie kriegen wir es terminlich hin. Kinder versorgen. Reise, Hotelbuch. Ja, tatsächlich muss man auch da wieder sagen, guten familiären Background. Ja. Das ist auch Gold wert. Ein guter Teamwork. Mütter, Mütter, Omas. Omas, genau. Worauf hast du dich jetzt schon wieder eingelassen? Ja. Und wer soll es ausbaden? Meine Mutter. Und meine Mutter. Das sind so die Hauptparts in unserer Familie. Tatsächlich, ja. Ah, die hat euch unterstützt im Hintergrund. Hat dann sich um die Kinder gekümmert, etc. Ja. Das ist spannend, ne? Die Frauen, die unsichtbaren Helden im Hintergrund. Absolut. Absolut. Definitiv, ja. Die fahren und machen und tun und hier. Und meine Mutter kommt vom Dachsberg runter, vom Schwarzwald und holt zwei Kinder ab. Und das dritte geht dann zu Annas Mutter. Aber damit sie ein bisschen getrennt sind, weil zusammen, ja, Untergang. Ja, geballte Power. Und dann sind wir nach Ascona gefahren. Wie war das? Zu einem rauschenden Fest. Zu einem Wochenende. Unvergesslich. 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 Ist halt natürlich auch, weil es im Süden ist, das tolle Wetter. Der Lago Maggiore im Hintergrund. Wow. Besonders die White Party. Also das hat schon was Tolles, wenn es dunkel ist und die Sonne geht unter, alle in einem weißen Outfit, tolle Musik. War das das Motto? Das Motto, ja. Das ist jedes Jahr. Ja, Freitagabend ist immer White Party. Freitag, alle Leute in weiß gekleidet, braun gebrannt, alles nur weiß. Toll. Und das alles mit Schwarzlicht noch, dass es alles noch greller kommt. Wow, ist das klasse. Hämten, Kleider und alles schick. Und der Rest vom Wochenende war James Bond Motto. Alles schick. Also die haben immer jedes Jahr ein anderes Motto. Diesmal war es eben James Bond. Das heißt natürlich hier. Elegant. Elegant. Jetzt verstehe ich das langsam. Jetzt fühle ich es. Ich fühle es. Überall diese James Bond Sachen und dieses, so wie die James Bond Filme losgehen mit dem Bild, mit der Einblendung durchs Kanon oder durchs Pistolenlauf durch und goldene Kanülen überall hingestellt. Und wow, einfach, einfach. Goldene Kanülen. Ja, die Hülse. Die Projektile. Richtig, voll cool. Also wirklich klasse. Überall, also richtig eins. Aus den ganzen James Bond Filmen das Beste rausgefiltert und so war das Zelt dekoriert. Wow. Mit viel Gold, mit viel Schwarz. Ist halt auch immer toll, wenn man sich immer ein anderes Motto überlegt. Das war auch mal das Motto Zirkus bei Ihnen. Da darfst du ja auch sehr kreativ sein vom Outfit her. Da ist die Vorfreude so groß. Oh, was wird es dieses Jahr für ein Motto? Maskenball. Voll cool. Ah, nice, okay. Boah, ich habe das Gefühl, nichts zu erleben. Ich habe ein scheiß langweiliges Leben, kommt mir gerade sowieso. Du weißt ja, wo es ist. Ascona ist wieder September. Genau. Da kann man sich einfach anmelden, einfach hingehen. Ganz genau. Ja, nice ey. Richtig Bock. Also wir gehen wieder. Schnappt mir viel. Garantiert. Ja, wir kommen. Ja, wir kommen. Ja, wir kommen. Wir kommen auch. Okay, also, was ist jetzt da genau passiert? Ja, Potenzial natürlich, was Eigenes zu kreieren. Das hatte ich ja schon immer irgendwie. Das war immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ich unterstütze ja Knut im Büro auch. Aber meine Leidenschaft ist schon die Mode, definitiv. Und man beobachtet so, wir haben die anderen so ihre Stände dort bei den ganzen Polospielen. Und ich habe dann auch Knut so angeschaut und habe so gemeint, boah, ich hätte so Lust drauf, was zu machen. Und er hat mich so angeschaut. Es kam keine Widerworte. Es kam keine Widerworte. Zum ersten Mal im Leben. So irgendwie, nee, Schatz, das ist jetzt eine Schnapsidee oder so. Er schaut mich an und ich wusste, dass ... Okay, es rattert. Es rattert. Okay. Da kommt jetzt Bewegung ins Spiel. Also Anna wollte schon immer Mode. Ja. Sie hat schon immer von einer kleinen Boutique geträumt. Und da habe ich gesagt, nee, wir verkaufen nicht den Mist von anderen Leuten. Da ich irgendwo in Dritterei ein kleines Ladenlokal aufmachen und den Leuten irgendwie hinterher. Nee, das sind nicht wir. Das sind nicht wir, ja. Und als sie dann mit der Idee kamen, nachher ist Kona eben auf dem Heimweg gesagt, hey, wir müssen was machen. Wir machen was mit Polo. Wir machen was mit Lifestyle. Wir machen was mit Mode. Genau. Und wir packen es zusammen unter unserer Herkunft Black Forest. Black Forest Polo. Die Heimfahrt war gegessen. Das war Anfang September. Und bis Mitte September, Ende September stand das alles soweit in den Grundzügen. Und er hat gesagt, ich muss jetzt gehen. Der Jagdschein ist gebucht. Ich muss jetzt gehen. Und das hat sie so genossen, sich auszuleben. Auszuleben, genau. Plötzlich war da Raum. Aus dem Schatten raus. Ja, aus dem Schatten raus. Endlich redet er nicht dazwischen. Ja, natürlich. Da konntest du richtig gedeihen. Ja, genau. Voll cool. Das ist ja spannend. Ich bin sehr stolz drauf, was sie da hingewallert hat. Also tut sich die Tür zu, eröffnet sich eine andere. Und in dem Moment. Es war auch eine richtige Herausforderung, auch für mich. Das konntest du dich ganz und gar ausleben. Und dann ist was entstanden. Da hast du dein Potenzial sozusagen einfach mal gedroppt. Potential Dropping. Ja, und wir leben das ja auch. Also die Mode, den Genuss mit dem Gin rum und dem Whisky. Ja, das gehört zusammen. Das macht so Spaß an der ganzen Sache. Man spürt, dass ihr es lebt. Das ist jetzt nicht einfach etwas, was ihr halt mal, weil ihr Bock auf was Neues habt, sondern weil ihr richtig, es ist im Grunde so eine Art Destillat eures Lifestyles. Ja. Wow. So ein Spiegelbild unseres Lebens. Das hast du jetzt aber toll ausgedrückt. Und so ist es, ja. Engagement, Herausforderung, Spannung. Mit Luxus und Genuss gepaart. Das ist genau unser. Ja. Euer Leben. Ja, unser Leben. Unser Leben, ja. Und das ist der Tag. Viel Stress, viel Schmerz überhaupt. Ist ja klar. Work hard, play hard. Genau. Work hard, play hard. Harder. Harder. Ja, war gut. Was sagen eure Kinder dazu? Die stehen voll dahinter. Die leben das richtig mit uns. Die haben auch sehr viel Verständnis. Natürlich kamen dann auch sehr viele Termine noch dazu. Und können wir sehr stolz drauf sein. Wir sind stark vernetzt. Wir haben das Unternehmernetzwerk bei uns in Walzutigen von der Claudia Schelen. Das ist Meet & Greet. Wir sind beim Wirtschaftsjunion dabei. Wir sind wirklich viel unterwegs. Ja. Dazu noch andere Veranstaltungen hier in der Freiburger Region. Es ist wirklich viel Netzwerk. Aber das Schlimmste an Kontakten ist was? Keine zu haben. Genau. Und deshalb einfach Gasnetzwerken. Und unsere Kinder sind dabei. Die sind, also, sie wissen, wenn wir weggehen, wir kümmern uns drum. Der Große passt auf die Kleinen auf. Die Großeltern sind da. Ja, eine Stunde länger wach bleiben. Sie dürfen sich was beim Pizzaservice bestellen. Also, wir schauen schon, dass die Kiddies auch sagen, hey, Mama und Papa sind heute Abend weg. Wir sollen deshalb aber auch einen besonderen Abend haben. Mit Popcorn und allem, was dazugehört. Dass sie auch wissen, wofür wir das machen. Dass sie nicht die Leidtragenden davon sind, sondern dass sie sagen, das gibt für uns auch einen besonderen Abend. Mama hat uns Popcorn gemacht und dies und das. Sie geben uns was dafür, dass wir sie an dem Abend nicht haben. Wir binden sie natürlich auch mit ein. Also, da kommt dann, und, wie findest du den Insta-Eintrag? Oh, das da für TikTok und so. Die sind jetzt auch in dem richtigen Alter. Wenn du sie mit einbeziehst, dann verstehen sie es noch viel mehr. Okay, sehr cool. Also, fassen wir zusammen. Ihr habt nach vielen, vielen Jahren endlich Anschluss gefunden zu einer sehr nahe von euch stattfindenden Sportveranstaltung. In dem Polo, ne? Sehr schnell Feuer für gefangen. Drei, vier Veranstaltungen mitgemacht. Dann bei einer ganz besonders kurzfristigen Veranstaltung mitgeholfen. Das war entscheidend. Ihr habt selbst an der Entstehung beigetragen und das eingebracht, was ihr gut könnt. Du mit deiner Grillfähigkeit. Du mit deiner unterstützenden Art. Und aber auch mit dem Beobachten. Ja, genau. Da ist im Grunde schon der Samen in die Erde gesetzt worden. Jetzt wurde es so gut honoriert, dass ihr eingeladen wurdet auf ein besonders großes Fest. Eben in Ascona. In Ascona. Okay, was ist da passiert? Ja, Ascona war Challenge ab dem ersten Moment. Wir sind früh genug losgefahren. Wir haben sechs verdammte Stunden gebraucht für runter. Unten auf der Autobahn war ein Unfall. Wir sind über den Gotthard gefahren. Da oben war der nächste Unfall. Kurz vorher bin ich abgeschert über die alte, holprige Gotthard-Route. Und irgendwann haben wir es dann nach Ascona runter geschafft. Die weißen Zelte, die coolen Aufbauten unten. Einfach klasse. Ein tolles Netzwerk. Unsere Freunde wieder. Abends die White Party wieder. Alles klasse. Der nächste Tag Parade mit schicken Maseratis und den Pferden und den Reitern durch die Altstadt von Ascona bis in den Hafen runter. Wow, die Spannung hast du gespürt. Und am Schluss wieder eine Champagner-Bar. Echt klasse. Tolle Atmosphäre. Und aber, je später der Abend, desto lieber die Gäste. Das hat sich dann schon am Abend so aussortiert. Wer hat abgeschlossen? Also wir waren auf jeden Fall dabei. Meistens so. Wir haben tolle Leute kennengelernt. Hoteliers aus St. Moritz. Eine tolle Dame aus Schweden. Aus Schweden, ja. Mit einer Tochter in Dubai, wo die nächsten Polo-Kontakte schon wieder sind. Tolle Leute schon wieder kennengelernt. Aber Gespräche, die sich spontan ergeben haben. Du kannst den Leuten nichts aufdrängen. Das ist so. Man muss sich kennenlernen. Genau, kennenlernen. Beziehungen aufbauen. Freundschaften knüpfen. Vertrauen. 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 So ist das, ja. Das ist echt spannend, das mit dem Vertrauen. Merkt das ja auch hier bei BNI. Das ist auch so eine ganz große Sache. Die Konsistenz, also die Konsistenz, würde ich mal sagen. Nein, die Konstanz. Immer aufzutauchen. Referenzen bilden. Ah, von dir wurde schon mal erzählt. Ich habe gehört. Ach, du bist der Knut. Der Dude mit dem Asado. Ja, und so war das dann auch. Der Kopf war voll auch mit Ideen, weil alles sehr präsent war. Drum ist auch die Idee entstanden, das auch sofort umzusetzen und nicht, ach, wir machen das jetzt mal in Ruhe und überlegen uns was. Nee, jetzt. Jetzt wird es gemacht. Der Große, 16, der macht Marketingkurse online und, und, und. Also richtig Gas. Der gibt richtig Gas. Und wir kamen im Dezember aus dem, aus dem Hirschenhorn, aus dem tollen Preis, den wir gewonnen haben, zurück am Sonntag. Noch schnell mal ins Büro. Und unser Sohn war dort. Der macht uns den Hausmeister dort. Und sagt, wo sind die neuen Produktfotos? Er sagt, Anna, hey, nicht in dem Ton, junger Mann. Und nächste Woche. Ihr macht immer morgen, 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 nächste Woche. Heute, tun, machen. Der 16-Jährige. Der 16-Jährige. Wir haben das Shooting an dem Sonntag gemacht, 250 Bilder. Koffer waren noch im Kofferraum. Die komplette Produktpalette durch. Wir waren am Abend glücklich. Es war erledigt. Die sporen uns mit an. Die machen es mit. Die leben das mit uns. Die identifizieren sich damit. Weil sie es ja vielleicht mal weiterführen dürfen. Die haben das verstanden. Ein Teil davon sein können. Also da habt ihr richtig Feuer gefangen, kann man sagen. So, da war für euch klar, in diese Szene wollt ihr rein. Da wollt ihr euch hier zeigen, da wollt ihr auch was einbringen. Da wollen wir uns verwirklichen, genau. Okay. Und danach fingst du dann mit der Logogestaltung an und du warst weg. Wie lange ging das Ganze, diese ganze Produktion, des Designs? Tatsächlich Mitte September kam ja die Idee, da haben wir es umgesetzt mit der Agentur. Und online sind wir mit dem Shop am 1. Dezember gegangen. Okay. Also eine sehr kurze Zeit. Also wirklich Vollgas in der kurzen Zeit. Krass. Und da kann man jetzt schon Sachen bestellen. Schreibt mal, geht mal die Produkte durch. Also ein paar sehen wir ja schon. Es gibt hier einen Rum. Genau. Einen sehr coolen eigenen Pömpel oder was ist das? Einen Korken mit Logo drauf. Das heißt, machst du das selber? Die mache ich tatsächlich selber. Die kriegen alle ein zweites Leben. Das ist alles Zinn aus Altbeständen. Es erben so viele Leute Zinn und es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Zinngeschirr will keiner mehr haben. Die Leute sind glücklich, wenn man was Neues draus macht. Wir schmelzen nicht wirklich. Mein Sohn und ich auf der Jagdhütte oben. Auf dem offenen Holzfeuer wird es eingeschmolzen. Da haben wir auch ein Video auf Instagram drin, wie das passiert. Das ist ja geil. Und dann werden die Figuren von uns gegossen und auf die Korken aufgesetzt. Recycled. Recycled. Recycled und passt immer wieder auf die neue Flasche. Kauft man genau einmal. Das passt natürlich sehr gut. Die Zinnfigur kann man immer wieder verwenden. Hat er und so ein Schmelzen oben im Schwarzwald. Geil, ne? Ihr gebraucht einen Zinn ein. Schön hier Upcycling. Ja. Um dann eure eigenen, gebrandet, gebrannt. Gebrannt. In dem Fall passt ja sowas. Gebrannt, gebrannt. Gebrannt, gebrannt. Ganz genau, ja. Okay. Ja, und tatsächlich, ja, sind wir auch wieder beim Thema. Nachhaltigkeit ist bei uns ein wichtiges Thema. Auch bei unserer Mode mit Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester. Also wirklich Fair-Wear-Fashion. Okay. Also nicht hier so eine komische Ski-Innen-Geschichte, sondern was richtig Feines. Und natürlich auch gute, faire Bedingungen für die Mitarbeiter in den Ländern, wo die Pullover, T-Shirts und alle anderen Sachen entstehen. Natürlich, wir brauchen uns nichts vormachen. Es gibt noch einen deutschen Textilproduzenten und das Trigema und der Rest ist alles weg. Die haben wir wegrationalisiert und die sind einfach weg. Unsere Ware kommt aus der Türkei und aus Bangladesch. Die Leute brauchen dann auch unsere Unterstützung und Arbeit. Aber ob man ihnen fürs T-Shirt 80 Cent gibt oder ob das T-Shirt 2 Euro bezahlt oder 4 über unseren Einkäufer. Wir beziehen die Ware aus Deutschland, aber wir wissen, woher sie kommt. Und ob die Leute im Keller mit der Kerze sitzen müssen oder ob sie ein anständiges Licht haben. Ob sie nicht acht Tage die Woche arbeiten müssen, übertrieben gesagt, sondern einfach sechs Tage reichen. Ob sie sich zu ihrem Reis und ein bisschen Gemüse und auch mal einmal in der Woche ein Stück Fleisch dazu leisten können oder nicht. Das macht den Unterschied. Die Leute müssen was arbeiten, natürlich. Aber es gibt faire Bedingungen. Und die werden durch dieses Fairware-Zertifikat einfach überprüft und sichergestellt, dass das alles fair läuft. Das müssen die Leute sich auch mal in den Kopf gehen lassen. Natürlich kommt die Ware aus günstigeren Lohnländern. Aber man muss die Leute nicht auch noch ausnutzen, sondern man kann sagen, hey, wir geben euch was on top, dass ihr einen Sinn in eurer Arbeit seht und auch ein Kind vielleicht davon auf die Uni schicken könnt. Und das unterstützen wir gerne mit und das finden wir cool. Und wir möchten natürlich auch, dass unsere Sachen eine super Qualität haben. Also dafür stehen wir. Wir wollen das Lieblingsstück für die Leute haben. Ein Lieblingsstück? Wir wollen den Lieblingshudi haben. Ja. Wir wollen, wir wollen. Das gibt mir auch, ich habe so einen roten Pulli, da steht drauf, Gott ist der Designer. Das Ding hat jetzt auch schon ein Loch, das ist die beste Qualität. Aber ich liebe dieses Ding. Es macht mich glücklich, es anzuziehen. Ja, siehst du. Und wenn du sagst. Das würde mich freuen, wenn genau jemand das über unsere Produkte sagt. Ah, mein Bär. Waddi. Genau. Steht ja nichts im Wege, ne? Genau. Das Einzige, was jetzt braucht, ist halt schön, Sichtbarkeit. Ihr müsst immer schön auf den Festen sein und einfach sein, wie ihr seid. Genau, das machen wir, wir machen nicht den Stand auf den Festen und versuchen den Leuten was anzudrehen. Ne, wir sind da, wir lernen sie kennen, sie lernen uns kennen, sie bauen Vertrauen auf, wir passen ihnen oder wir passen ihnen nicht und wenn wir dann sagen, was wir machen, dann sind wir schon drin. Wir kamen nicht von Anfang und wollten ihnen irgendwas andrehen. Aufdrängen, also das sind auch nicht wir, aufdrängen möchten wir niemandem etwas. Wer nicht will, der hat er schon. Ja. Punkt. Genau, und wir wollen immer was Eigenes haben, wir wollen nichts Abgekupfertes. Ich finde das total cool. Wir haben Gin, wir haben Rum, wir haben Whisky. Der Gin, denkt jeder, klar, England. Beim Rum sagen sie, ja, Karibik, klare Sache. Und der Whisky, der muss aus Schottland kommen. Nein, wir haben alles in Black Forest. Wir haben einen sagenhaften Destillateur, einen ausgezeichneten, mehrfach prämierten Destillateur zu unserem Freundeskreis zählen dürfen im Schwarzfall und der hat mit uns die ganzen Sachen entwickelt. Das sind unsere Produkte nach unserem Geschmack. Manche Sachen gingen schneller, manche Sachen beim Rum haben wir viele, viele Abende verbracht und irgendwann ist der Geschmack auch weg. Irgendwann musst du aufhören, bis der genau die Noten hat, die wir wollten. Süßlich, ausbalanciert, fein, macht Lust auf mehr. Ich meine, ihr habt alle ein Glas hier vor und hinter der Kamera. Also, ist ja nicht so, dass ihr den nicht mittrinkt. Er war sehr, sehr lecker. Also, ich mag sowas in der Regel nicht, aber das war jetzt ein richtiges Geschmackserlebnis. Tatsächlich. Cool, und es muss mainstreamig sein. Es gibt welche, die sind süßer, die sind schärfer. Es muss mainstreamig sein, dass es der Masse schmeckt. Es funktioniert. Funktioniert, läuft. Fantastisch. Ja, wow. Habt ihr einfach jetzt so ein Ding aus dem Boden gestampft. Im Grunde muss es jetzt einfach so weiterlaufen. Geht ja auch. Die Leute werden ja weiterhin Polo-Veranstaltungen machen. Macht Lust auf mehr, definitiv. Ja, sind es bald. Sind es gute neun Monate. Ist gerade einmal so eine Geburt, ne? Krass. Ging krass schnell. Ja, krass schnell. Manchmal unbegreiflich, wenn man das dann wieder so reflektiert, denkt man, wow, in der kurzen Zeit ist so viel passiert. Aber auch so viele tolle Leute, die uns weiternehmen. Wir waren im Januar beim Snowpolo in St. Moritz, auch sehr cool. Snowpolo? Auf dem zugefrorenen St. Moritzer See. Ui, ui, ui. Hammer. Hammer. Alter. Hammer schick. Ganz was Besonderes. Ganz besondere Leute kennengelernt. Wir sind im Polopark Zürich Mitglieder. Und im Polo-Club Ascona. Natürlich in Ascona auch nur im Polo-Club. Die Leute, die nehmen dich nicht mit rein und lassen dich stehen, sondern die Morgen aus Zürich und der Matteo aus Ascona zum Beispiel, die führen dich rum. Die stellen dich vor. Das sind die und die, die machen das und das. Und zum Nächsten, die reichen dich mit warmer Hand weiter. Was ist das denn cooles? Also nicht einfach so, ihr seid jetzt dabei, schön, dass ihr da wird, dass ihr die Beiträge gezahlt habt, guckt euch um und sprecht die Leute an. Sondern hey, die präsentieren sich richtig fair. Man wird richtig, man kommt richtig schön rein. Also mir habt ihr auf jeden Fall große Lust gemacht, mal bei einem Polo-Turnier dabei zu sein. Also gerade das, was ich mal in Teil 1 geschrieben habe, das war ja herrlich. Ich kann eure Begeisterung sehr gut nachvollziehen. Und ich bin super, super gespannt, wie es weitergehen wird. Definitiv. Das ist jetzt eine Lebensaufgabe, das ist eine Lebenseinstellung geworden. Die Geschichte hat erst angefangen. Okay. Na dann, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Irgendwas, was noch unbedingt erzählt werden möchte? Es gibt in Pakistan das höchstgelegene Polo-Turnier der Welt. Auf 3.700 Meter in Shandur. Das ist der Bezirk Chidral. Ein übrigens royales Chidral. Also da gibt es Könige. Und, aber da oben leben sehr arme Leute. Die spielen Polo ohne jeden Schutz. Ohne Helm. Ohne Knieschoner. Da gibt es regelmäßig Schwerverletzte und Tote. Ui. Und warum? Weil sie keine, keinen Helm aufhaben, keine Schutzmaßnahmen haben. Stürzen. Einfach den Kopf gegeneinander. Oder das Pferd auch zu schlecht ausgerüstet ist. Aber da fehlt die Asche. Und irgendwie kam niemand auf dieser Welt mal auf die Idee, denen was anzuziehen. Und wir haben einen sehr guten, befreundeten Fotografen, der dieses Jahr nach Pakistan geht. Das Chidral ist wie so ein magischer Ort. Dass jeder Polospieler irgendwo will da mal hin. Aber viele sagen, ach, aber damit unterstütze ich ja irgendwo, dass das so grob vor, dieses Freestyle-Polo so grob vorgeht. Und wie kommt man denn überhaupt dahin? Das ist ja ein riesiges Land. Trauen sich wenige. Trauen sich wenige hin. Trauen sich wenige, ja. Also war bis vor ein paar Jahren noch Taliban-Gebiet da oben. Also ist schon Action. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wir haben einen Kontakt nach Pakistan bekommen. Über den Fotografen. Der hat uns einen Mann unten empfohlen. Und der kam auf die Idee und hat gesagt, wollt ihr nicht mal das Turnier sponsern? Das höchstgelegene Turnier der Welt. Kameras noch und nöcher. Mit so einem gebrandeten Helm oder was? Ja, mit allem. Die haben alles für uns an. Also die Mannschaften haben komplett. Also für uns war es wichtig einfach, dass sie in erster Linie Schutzausrüstung. Die haben die Schutzausrüstung natürlich. Es sind jeder Mann und jedes Pferd eine Werbefläche. Natürlich, klar. Aber ich tue ja niemals was Böses. Sie laufen Werbung für uns und haben einen Helm und der hebt den ein Leben lang. Das ist doch geil. Die werden den hüten wie ihren Augapfel. Das hat jetzt solche Kreise gezogen. Also sie kriegen, wie gesagt, sie kriegen die Trikots, sie kriegen die Helme, sie kriegen die Hosen, sie kriegen die Ellenbogenschutz von uns. Die Pferde kriegen vor allem auch Schutz. Vorne an die Beine. Einfach alles. Sie kriegen die Satteldecke von uns. Einfach die kompletten Mannschaften einmal ausgerüstet. Dass da was passiert. Das ist mega kortspielig. Geht. Okay. Geht, aber die Sicherheit steht ja auch im Vordergrund. Genau. Das hat jetzt aber tolle Kreise gezogen. Man muss auch dazu sagen, ein guter Freund von uns kommt aus Pakistan. Und somit war auch die Verbindung zu diesem Mann nach Pakistan natürlich einfacher. Der kann natürlich sehr gut Englisch, aber wenn sie in ihrer Heimatsprache sprechen können, geht das alles besser. Der guckt, dass das Geld optimal ankommt. Genau. Ich bin sehr froh, dass ihr das noch erzählt habt. Das ist wirklich eine große Sache. Es wird also immer aufregender, kann man sagen. Also ich fliege tatsächlich Ende Juni nach Pakistan mit ein paar Freunden runter. Wir gehen um das Turnier da hoch in die höchsten Berge. Wir wollen es sehen, wir wollen es begleiten. Und das zieht da uns solche Kreise da unten. Es heißt bis zur royalen Familie vorgedrungen, dass da jemand was in ihrem Königreich sponsert. Dass da jemand, genau, Schutzausrüstung. Direkt eingeladen. Aus dem Schwarzwald. Aus dem Schwarzwald. Ganz genau. Das klingt verrückt, oder? Oder? Da kommt jemand hier. Verrückt genug, um zu sagen, das sind so die Stories, die man geltet. Und die Leute unten warten auch auf uns, weil sich noch nie jemand um sie Gedanken gemacht hat. Es hat nie jemand gesagt, setz dir noch mal einen Helm auf. Es hat jeder zugeschaut. Oder die Augen zugemacht. Aber es hat keiner was gemacht. Wir sind da unten so viel eingeladen. Das ist die Menge schon, wenn dann irgendwas passiert. Ja, genau. Oh, aber was hätte man dagegen machen können? Ja, wahrscheinlich nichts auf die Distanz. Na doch, man kann was machen. Ein bisschen Geld runterschicken und machen. Punkt. Und ich habe dann auch zum Glück gesagt, ich so, komm, flieg da hin. Ich halte hier die Stellung, Familie, Betrieb. Ihr die Ersten seid ihr, die diese coole Idee haben. Weiß ich nicht. Den Tipp haben wir von unten gekriegt. Ja. Manchmal ist so, ja, so einen Kontakt kann man auch nicht planen. Das hat sich auch wieder ganz spontan ergeben, eben über den Fotografen Jan Mellicher. Der macht eine Doku jetzt im Juni, Juli von Nordpakistan, weil sie das touristisch erschließen wollen. Und bekannter werden wollen natürlich auch. Das sieht aus, mit Berghütten und hohen Gipfeln, wie in der Schweiz, wird es einfach doppelt so hoch. Ja. Daran sieht man einfach, die sind höher, die Berge. Genau. Und das wollen sie touristisch erschließen. Da wird es Ausstellungen geben nächstes Jahr in den gesamten Botschaften in Europa. Okay. Und zufällig haben die ganzen Reiter unsere Bilder, unsere Klamotten an. Ein Schelm, der dabei Böses denkt. Nein, wir tun was Tolles und kriegen natürlich eine tolle Bandbreite dadurch. Wir verändern was. Und zeigt ein Logo dabei. Ja, genau. Ja, so läuft es. Die sollen ja wissen, wer das mal eingeführt hat. Super. Ja. Na dann. So, und so geht die Geschichte weiter. Ich glaube, nächstes Jahr können wir uns wieder treffen. Wir kriegen wieder den Podcast schon. Alles klar. Gut. Ja. Eine sehr aufregende Zeit liegt vor uns. Sehr, sehr geil. Und das macht echt Lust auf mehr. Ja. Dann wünsche ich euch beiden sehr, sehr viel Erfolg, aber vor allem auch Spaß und weiter so. Dankeschön. Vielen Dank, David. Vielen Dank, David. Und danke fürs Zuschauen und Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen wie ich. Das ist eine sehr, sehr coole Story. Na dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht aber weiter. Wir haben noch weitere spannende Talks geführt. Hier oder hier oder da. Wir wissen es nicht. Habt viel Spaß. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.